Hallo, nachdem wir jetzt ganz kurz nochmal wiederholt haben, wie man überhaupt so ein lokales Repository anlegt, geht es jetzt darum, in diesem lokalen Repository bestimmte Versionen zu kennzeichnen und dann auf die zuzugreifen. Das ist jetzt der Zustand, wie wir ihn haben und jetzt haben wir noch ganz kurz so ein Recap auf eine etwas abstraktere Übersicht, so eine Art Cheat Sheet. Also, was haben wir? Wir haben gesagt, okay, von unserem Laufwerk, also vom Fallsystem verzeihen, jetzt komme ich auf die Stage mit Add und von der Stage komme ich mit Commit in mein lokales Repository. Hier hinten haben wir noch gar nichts gemacht. Bevor wir uns jetzt aber damit beschäftigen, wie wir die Dateien in ein entferntes Repository bekommen, beschäftigen wir uns erstmal damit, wie kriege ich eigentlich Dateien aus meinem lokalen Repository wieder raus und, was uns ja besonders interessiert, wie kriege ich eine bestimmte Version, also eine, die mich interessiert, aus meinem lokalen Repository wieder raus, um damit weiterzuarbeiten. Dazu müssen wir jetzt als erstes mal in unser Repository reingucken und der Befehl dazu lautet git log und da sehen wir, wird hier angezeigt, alles klar, hier gibt es den Einkaufs-Set created, war unsere erste Version, dann die Zucker- und Eiscreme und die Anschaffung noch dazu und dann die Marmelade da drauf. So, was wir oben sehen ist, dass jeder von diesen Commits so ein Hash hat, das ist ein SH1-Hash, der ist natürlich an sich relativ unhandlich, deshalb gibt es hier diese Label, also den Head, der zeigt auch die aktuelle Version und der Master ist gleichzeitig der Head, das ist eben die letzte. Und hier sehen wir jetzt auch, warum das so wichtig ist, dass wir diese Messages haben, weil Head und Master, das haben wir ja nicht immer zur Hand und wenn wir jetzt diese Version mit der Marmelade suchen, ja, dann können wir uns eben hier feststellen, okay, die ist jetzt zufällig Head und wir kriegen das entsprechend hier raus. Ein bisschen übersichtlicher wird das Ganze in der grafischen Daranstellung, die kriegt man mit git k und da sieht man hier unsere Versionshistorie, also die Versionen, die aufeinander aufbauen, sie hängen alle in einer Reihe und enden oben eben mit dem Master. Und wenn man da dann drauf klickt, dann sieht man eben, was sich hier bei den einzelnen Versionen verändert hat. Hier kann man sich dann immer ein ganz gutes Bild machen von dem, was sich verändert hat, wenn man irgendwie nach Fehlern sucht. Was man auch noch sieht, ist hier dieser SH1-Hash, der ist etwas unhandlich, der ist relativ lang, in der Regel reicht es aber, wenn man bei Git mit den ersten 5, 6 Buchstaben arbeitet, das Git erweitert es dann selbstständig, die unterscheiden sich in der Regel sowieso. Schauen wir uns das mal an. Also, ich möchte jetzt eine Version auschecken und zwar die letzte Befehl, Git Checkout, alles wunderbar. Jetzt brauchen wir eine Benennung und dann nehmen wir halt hier den Hash und der ist, wie gesagt, etwas lang und deshalb nehmen wir da einfach nur die ersten 6 Buchstaben und dann sehen wir, aha, hat er uns jetzt ausgecheckt. Jetzt steht da, also Head is now, Einkaufszettel created, also die Version, schauen wir unten nach, sehen wir, okay, das ist die Version, wo wir den Einkaufszettel gerade created haben. Schauen wir mal rauf auf den Einkaufszettel, damals waren Milch und Kaffee drauf, also ist genau richtig, das ist das, was wir haben wollten. Und wir sehen hier, diese Version ist jetzt auch der Head, also das ist die Version, mit der hier gerade gearbeitet wird und die dann eben entsprechend im System auch so gekennzeichnet ist. Das ist natürlich nur so mittelpraktisch, wenn man jetzt immer mit diesen Hashes hantieren muss und wir hatten ja gesagt, ein Vorteil von Source Code Management ist, dass ich die Sachen benennen kann. Also in Git heißt es Taggen, also ich kann da Tags für erzeugen und der Witz ist jetzt, dass man eben diesen Hash mit einem Alias versieht. Befehl ist Git Tag, wir sehen, wenn ich das eingebe, kommt eigentlich eine Liste mit den Tags und die Liste ist leer. So, was wir jetzt machen ist, wir wollen ein neues erzeugen, also wir brauchen Befehl Git Tag, dann habe ich jetzt mal T1 als Namen genommen. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Hash von der Version vor der Marmelade, also die, wo wir die Anschaffung hinzugefügt haben. Und auch hier brauchen wir nicht den ganzen Hash, sondern da reichen sie die ersten 5, 6 Buchstaben, die kopieren wir uns da raus und werfen die da rein. Nur einmal natürlich und dann geben wir Gas und dann passiert folgendes. Es ist jetzt einfach dieses Tag hier zusätzlich an dieser Version befestigt worden. Wenn ich jetzt Git Tag eingebe, erhalte ich auf der Liste entsprechend den Eintrag für dieses neue Tag. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir checken jetzt eine Version aus anhand eines Tags, also nicht mehr anhand eines Hashes. Der Befehl ist natürlich der gleiche. Also Git Checkout. Anstatt eines Hashes geben wir jetzt eben Tags slash T1 an. T1 ist ja der Name, den wir eben gerade selber vergeben haben für den Hash. Der könnte auch Version 1.0 sein oder irgendwie einen Meilenstein benennen, den wir hatten. Und da sehen wir jetzt, alles klar, wir haben jetzt diese neue Version ausgecheckt. Also es müsste jetzt entsprechend die Version mit dem T1 gekennzeichnet ist auf der Festplatte sein. Und da sehen wir, aha, das ist die mit Anschaffung TXT Created. Also die, die wir eben damit getaggt haben. Vorne wird auch nochmal der Hash angezeigt. Und das Ganze ist jetzt entsprechend, so wie hier es dargestellt ist, auf der Platte zu finden. Ja, also diese Version ist jetzt auch der Head. Und wir sehen hier, jetzt gibt es Einkaufszettel und Anschaffung wieder. Wenn ich in die Anschaffung reingehe, sehe ich den Fernseher, den Smartphone. Und der Einkaufszettel ist wie erwartet, nämlich mit Milch, Kaffee, Eiscreme und Zucker. Die Marmelade ist nicht drauf. Der Head ist jetzt wieder die Version, die wir ausgecheckt haben. Dann holen wir uns nochmal die letzte Version zurück. Git Checkout Master. Ich hatte ja gesagt, Master ist immer der letzte in einer Reihe. Und wenn wir das jetzt machen, dann müsste ja jetzt im Prinzip wieder unsere Marmeladenversion auf der Festplatte sein. Und sehen wir, im Schema ist es so dargestellt. Also Marmelade. Auch hier hat sich nichts verändert. Und wenn ich jetzt nochmal hier reingucke, sehen wir, aha, es ist also die Version mit der Marmelade, die eben unter diesem Namen Master jetzt verfügbar war. Und die ist natürlich jetzt auch wieder der Head. Für unser nächstes Experiment wollen wir jetzt aber nicht die Version mit der Marmelade haben, sondern wieder die T1-Version. Also ich checke jetzt nochmal die T1-Version aus. Und jetzt wird hier wieder entsprechend auf der Festplatte die alte Version hergestellt. Es ist jetzt diese Version auch wieder der Head. Und wir können jetzt eigentlich mit der Version ganz normal weiterarbeiten. Wir sehen also hier, die Marmelade ist weg. Und ja gut, in dem Dateisystem hat sich nicht viel geändert. Jetzt editieren wir nochmal den Einkaufszettel, schmeißen da noch ein paar Eier drauf. Und dann sehen wir, okay, also wenn wir jetzt auf der Festplatte eine Version des Einkaufszettel mit Eiern. Hören wir nochmal einen Blick auf den Log, dann sehen wir, aha, also Einkaufszettel created ist drin. Eiscreme und Zucker ist drin. Anschaffung TXT ist drin. Und die Anschaffung TXT ist der Head und auch natürlich das Tag T1. Und das ist jetzt im Moment der Zustand. Das entscheidet sich von dem, was wir auf der Platte haben. Da haben wir nämlich die Eier. Und wir sehen hier, seitlich versetzt, ist das mit der Marmelade. Im nächsten Video gibt es dazu nochmal einen kurzen Recap. Und dann kümmern wir uns darum, wie wir auf entfernte Repositories zugreifen können, um dann eben zusammenzuarbeiten.